So, wir sind hier gerade auf einem Seminar vom Cell Reactive Training auf einer Fortbildung und ja ich spreche gerade mit der Sonja Gamsjäger. Sonja, was machst du eigentlich beruflich? Hallo, ich bin ursprünglich Physiotherapeutin und auch Osteopathin und ja, meine Leidenschaft ist aber jetzt das Cell Reactive Training und ich arbeite eigentlich zu 95 Prozent als Cell Reactive Trainerin, aus Überzeugung und mit ganz viel Freude. Wie lange arbeiten Sie schon mit dem Cell Reactive Training? Ich glaube, vor fünf Jahren hatte ich das Glück, zufällig zu einem Vortrag zu gehen, den der Erfinder von Cell Reactive Training David Oberbeck damals gehalten hat und der Titel von diesem Vortrag, der war so provokant, interessant, das hat mich gereizt. Der Titel hat geheißen, wie reprogrammiere ich die DNA? Und da habe ich mir gedacht, das muss ich mir anschauen. Das war vor fünf Jahren und am gleichen Abend habe ich mich angemeldet zum ersten Kurs und seitdem geht es los. Was bedeutet das Cell Reactive Training nach dem Theralogie Konzept für dich? Das Cell Reactive Training. Ja, für mich bedeutet das eigentlich das ursächliche Problem finden, an der Ursache arbeiten können. Das ist genau das, was ich an den anderen Techniken bisher vermisst habe. Ich habe Symptome behandelt, aber nicht die Ursache. Und das ist das Tolle am Cell Reactive Training für mich. Würdest du sagen, oder beschreib mal, wie hat dich das Cell Reactive Training beruflich weitergebracht? Ich glaube, das Cell Reactive Training hat in mir einen anderen Menschen gemacht. Ich glaube, ich bin selbstsicherer geworden. Ich war am Patienten schon routiniert und selbstsicher, aber das hat sich, denke ich, durch das Cell Reactive Training verbessert. Ja, und wieder mehr die Freude am Arbeiten ist dadurch gekommen, eben weil ich die Bestätigung habe oder das Gefühl habe, ich arbeite an der Ursache und nicht am Symptom. Hat sich die Anerkennung, die dir deine Klienten entgegenbringen, verändert, seitdem du mit dem Cell Reactive Training arbeitest? Ja, es kommen so Statements wie, du wirst nochmal ganz reich werden, wenn du so weitermachst. Und die werden dir die Tür einrennen, wenn du so weitermachst. Das freut mich natürlich. Aber es gibt natürlich nicht nur solche Patienten. Es gibt auch andere, die da nicht so emotional sind. Aber ich muss auch sagen, meine Anerkennung den Patienten gegenüber, die da auch einmal durch schwierige Phasen durch, weiter ihr Cell Reactive Training machen, ist bei mir auch dem Patienten gegenüber die Anerkennung sehr gestiegen. Das ist eine interessante Antwort. Die hatten wir so bis jetzt noch nicht. Das ist spannend. Als du damals die Ausbildung gemacht hast dann, du hast ja den Vortrag geschaut, hast dich für die Ausbildung angemeldet. Was hast du so gedacht, was hat dich so bewegt damals nach den ersten Ausbildungswochenenden? Also nach den ersten Ausbildungswochenenden habe ich mir gedacht, das ist verrückt. Das gibt es ja gar nicht. Ich bin dann wirklich heim und habe ganz viel ausprobieren müssen, um überhaupt begreifen zu können, dass das funktionieren kann. Und ja, die Ergebnisse, die haben für sich gesprochen und dann war ich begeistert und ich habe angefangen zu brennen danach. Was hat sich seitdem du die Ausbildung gemacht hast, bei der Herangehensweise, wie du an einen Klienten rangehst, verändert? Ich habe alles, was ich bisher gelernt habe, versucht müssen zu löschen. Das war eigentlich das schwierigste. Wie muss man jedes Mal sagen, so testen und schauen, was beim Test rauskommt und danach arbeiten. Und nicht im Voraus schon im Kopf haben, der Klient hat mir das und das und das alles gesagt und das muss jetzt das und das sein. Weil so denkt ein Physiotherapeut und so arbeitet auch ein Osteopath. Und das muss ich immer ganz strikt aus meinem Hirn rausbringen, bevor ich anfange zu arbeiten. Da du schon so viele Ausbildungen ja jetzt auch bei uns gemacht hast, viele Seminare gemacht hast, machen die Seminare jetzt auch nach der Zeit immer noch Spaß? Sie machen immer noch mehr Spaß. Es ist unglaublich, was man jedes Mal wieder lernt und auf was man draufkommt, was alles möglich ist. Und ja, es ist faszinierend. Würdest du sagen, weil eine Ausbildung kostet auch Geld, hat sich das Cell Reactive Training und auch damit mehr zu arbeiten wirtschaftlich sich für dich ausgezahlt? Auf jeden Fall. Ich habe auch Investitionen getätigt. Ich habe einen Movemaker gekauft und ich habe auch die Lightbrush. Und für mich hat sich jede Investition in Ausbildung oder auch an Materialien absolut rentiert, weil es ist ein ganz anderes Arbeiten damit. Und auf jeden Fall, ja. Es gibt manchmal die Angst, wenn Menschen oder wenn jemand bei uns die Ausbildung gemacht hat. Ja, aber was ist denn, wenn jetzt meine Klienten auf einmal gesund sind und mich nicht mehr brauchen? Hattest du diese Angst auch? Nein, diese Angst habe ich nicht. Ich habe auch noch keinen Klienten, der sagt, ich bin total gesund und ich brauche dich nicht mehr. Also von dem her, vielleicht kommt es noch. Wenn du das Cell Reactive Training nach dem Theralogie Konzept mit einem Satz beschreiben müsstest, was würde dir spontan einfallen? Das ist genial. Ja. 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 Ja.